Hallo und willkommen beim Unboxing-Video von Pandemie Legacy in Hüpfis World. Speziell für Chris. Wir haben da schon so eine schöne Schachtel. Da ist mal so eine schöne Schachtel drin. Das ist ganz schön schön. Und in Wünschen, Märchen und Nachreibung. Kritikerpreis 2016 Nominierend zum Kennerspiel des Jahres. Deutsche Version Season 1. Dann schauen wir mal was da drin ist. Tab Secret. Secret Dorsiers und Pakete. Und was man damit machen muss. Eine Spielanleitung. Massenweise Aufkleber. Mit Städte in Aufruhr. Schlaflos. Reduziere den Handkartenlimit um 1. Alles was schief laufen kann. Ein Stickerbogen. Dann gibt es natürlich einen Spielplan. der sehr ähnlich wie beim normalen Pandemie ausschaut. Schlaflos. Dann gibt es ja hier. Massenweise Boxen mit Zahlen. Die sind ziemlich leicht. Zumindest die eine hier. Schlaflos. Schlaflos. Also da dürfte überall nicht sehr viel drin sein. Bildung legen. Das Goreflos. Die Wände. Kind anbbe. Schlaflos. Genäß sie hier. nourixzen kartenilimit情. was alles passiert wahrscheinlich. Dann gibt es klassischerweise Aktionskarten und wahrscheinlich die Städtekarten und natürlich Spielmaterial mit den Markern, Spielfiguren, Waschungszentren und die diversesten färbigen Würfel für die Seuchenmarker. Und das da ist frei, für was auch das immer geplant ist. Und wer mehr unboxen möchte, der muss einfach eine Mi Legacy mitspielen.